so die aufnahme läuft die aufnahme läuft auch ich gehe mal hier lang und nice nehmen wir denn okay geil ich bin supporter ich will die unterstützen da jetzt angenommen genau hört auf zu streiten hört aufeinander sonst wird mutti böse hier naja hier arschloch genau sonst kommen mamma taum und klatscht euch eine du hast den pudding nicht auch gegessen ja hallo 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 ja oh ok foto warte noch einmal danke es war mir eine ehre Spastis ich mag diesen komischen pixel neben mir nicht warum ich die tür zugemacht habe weiß ich nicht es ist so ruhig wo bleibt der jumpscare wow holy moly Ihr habt s noch angekündigt So, Action 3, 2 Ich mach doch gar nichts, wie kannst du mich hören? Hier ist doch einer, der sich hier gerade einen runter holt. Oh scheiße, er tilts wirklich. Ah, jetzt ist auf jeden Fall der Strom ist klar, haben wir auch abgeschaltet. Hey, come on, fuck you. Hätte ich schnell genug sein müssen? Hätte ich laufen sollen? Okay, probieren wir es einfach gleich nochmal. Der Typ der sich da einen runter rubbelt da, ne? Mir die ganze Zeit den Schalter wieder. Ah, er ist fertig. Ihhh. Was hat der denn? Boah. Krasser Nebel hier. So, nochmal. Oh Gott. Holy moly. Mit dem hab ich jetzt echt nicht gerechnet. Fass mich mit einem Wichsgriffel nicht an. Oh, die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Warte, warte. Warte, warte. Oh Gott. Kinder, mach das nicht nach. Bye, have a great time. Auf Wiedersehen.